Campinghocker Vergleich Die besten Dreibeinhocker im Test Campinghocker Kaufberatung So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Campinghocker Vergleich Willkommen bei Bewertungen, Ratschlägen und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihrem Preis, ihrer Qualität und mehr. Dreibeinhocker sind besonders gut zum Camping und für Wanteausflüge geeignet, da sie platzsparend zusammengefaltet werden können. Die Produkte aus unserem Test haben wir zunächst nach ihrer Sitzhöhe und Sitzfläche bewertet. Relevant ist außerdem das Gewicht. Hier unterscheiden sich die einzelnen Modelle stark, während manche nur auf etwa 250 Gramm kommen, wiegen andere Exemplare bis zu 2 Kilogramm. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die maximale Belastbarkeit. Je nach Bedarf gibt es hier Modelle, die über 200 Kilogramm aushalten, während andere bereits bei über 80 Kilogramm schlapp machen. Einige Modelle verfügen zudem über einen Transportgurt, was sich gerade bei längeren Wanderungen anbietet. Überzeugt hat uns hier besonders das Modell FIEMACH tragbarer Klapphocker mit seinen Eigenschaften. Der Dreibeinhocker ist ein faltbarer Sitz, der zumeist zum Camping, aber auch für Wandertouren verwendet wird. Er ist sehr viel platzsparender und leichter als ein herkömmlicher Campingstuhl auf vier Beinen. Dieser besondere Campinghocker eignet sich zudem auch zur Verwendung in den eigenen vier Wänden, als flexibel verstellbarer Beistelltisch oder sogar als Deko-Element für Pflanzen. Achten Sie, wenn Sie einen Dreibeinhocker kaufen, insbesondere auf die für Sie beste Sitzhöhe, eine ausreichende Belastbarkeit und das richtige Material. Nicht alle Modelle werden zudem mit einer entsprechenden Tragetasche geliefert. Da freut man sich leidenschaftlich auf den langersehnten Campingtrip mit Freunden oder der Familie am Wochenende, klettert früh aus dem Zelt hinaus, angezogen vom Kaffeegeruch aus dem Campingkocher. Und dann passiert es doch. Man vermisst ein bisschen Alltagskomfort, zumeist in der Form eines bequemen Küchenstuhls. Denn manchmal ist unebener Waldboden eben doch sehr unbequem und für eine Decke ist es vielleicht noch zu nass vom nächtlichen Regen oder morgendlichen Tau. Abhilfe schafft da ein leicht zu transportierender Faltstuhl. In unserem Dreibeinhocker-Vergleich haben wir uns die besten und bequemsten Modelle genauer angeschaut und miteinander verglichen, damit Sie selbst Ihren persönlichen Dreibeinhocker-Testsieger küren können. In unserer Kaufberatung erfahren Sie zudem genau, worauf es ankommt. Werfen Sie auch einen Blick auf diese anderen Vergleiche. Die Tripod-Funktion. Der englische Begriff Tripod erinnert an die englische Bezeichnung eines Kamerastativs. Denn auch das hat ja für gewöhnlich Dreibeine. Ursprünglich stammt der Begriff Tripod, allerdings aus dem altgriechischen Tripis. Ein Dreibeinhocker lässt sich aber ähnlich einfach wie ein dreifüßiges Kamerastativ zusammenklappen. Daher spricht man auch von der Tripod-Funktion. Wofür lohnt sich ein Dreibeinhocker? Ein Dreibeinhocker ist ein faltbarer Sitz, bei dem genau drei meist aus Metall bestehende Beine für genügend Halt sorgen. Durch eine simple Falttechnik kann der Stuhl leicht zusammengeklappt und in einer entsprechenden Tragetasche verstaut werden. Er eignet sich damit bestens zum Transport bei kleineren Abenteuern in der Wildnis. Da er zumeist zum Zelten oder für Campingausflüge genutzt wird, bezeichnet man einen Dreibeinhocker oft auch als Campingstuhl oder Campinghocker, nur eben auf drei Beinen. Wofür aber eignet sich solch ein Sitzhocker noch? Die folgende Liste gibt einen Überblick. Zum gemütlichen Beisammensitzen auf Musikfestivals, für kurze wie längere Wandertouren durch die Natur, zum Angeln oder auch bei der Jagd im Wald. Als ergänzende Sitzmöglichkeit in einer kleinen Wohnung, als Deko-Element oder für eine Zimmerpalme oder eine Vase, als flexibler Nachttisch oder als Beistelltisch zur Ablage von Kleidung. Wir haben die Vorzüge und Nachteile eines Dreibeinhockers im Vergleich zur vierbeinigen Konkurrenz zusammengestellt. Vorteile, leichter und effizienter zu transportieren, vielseitige Einsetzbarkeit, zumeist preisgünstiger. Nachteile, im Normalfall ohne Rückenlehne, keine Armlehnen und damit fehlende Getränkeablage, eingeschränkte Belastbarkeit. Tipp, je nachdem, wie lang und komplex Ihre geplante Wanderung werden soll, sollten Sie ganz genau abwägen, welches Camping-Equipment wirklich notwendig ist. Bereits ein Kilogramm Mehrgewicht auf den Schultern kann bei einer mehrtägigen Tour über Spaß oder Qual entscheiden. Welche Kaufkriterien für einen Dreibeinhocker sind in Tests entscheidend? Sitzhöhe und Fläche. Entscheidend für ein möglichst bequemes Sitzerlebnis auf einem Dreibeinhocker ist, dass Sie die für Sie perfekte Sitzhöhe wählen, und diese kann von Anbieter zu Anbieter sowie Typ zu Typ variieren. Im Durchschnitt sollten Sie dabei mit einer Höhe von 45 bis 55 cm gut auskommen können. Bei Kindern oder besonders hochgewachsenen Menschen sollte man bei der Sitzhöhe dementsprechend auf etwas niedrigere oder höhere Werte achten. Auch die Sitzfläche der Dreibeinhocker kann durchaus variieren, 25 bis 35 cm² Fläche, Durchmesser sollte man im Durchschnitt einberechnen. Bei einer wesentlich kleineren Sitzfläche riskieren Sie hingegen Einschnitte bei der Bequemlichkeit. Wie schwer Ihr Dreibeinhocker sein sollte, hängt insbesondere davon ab, was Sie mit ihm vorhaben. Falls Sie mit einem Auto, Camperfun oder Wohnmobil verreisen, hat das Gewicht offensichtlich nicht oberste Priorität und Sie möchten stattdessen vermutlich eher auf robuste Stahlbeine setzen als auf leichtes Aluminium. Für Wanderungen oder einen richtigen Outdoor-Trip sieht das hingegen schon ganz anders aus. Hier sollten Sie sich bei der Wahl des besten Dreibeinhockers für ein Modell mit einem möglichst geringen Gewicht entscheiden. Die von uns verglichenen Modelle variieren von 250 bis 500 g, von 500 bis 900 g und ab 1000 g. Auch bei der Belastbarkeit gibt es bei den verschiedenen Modellen erhebliche Unterschiede. Die meisten von uns verglichenen Falthocker kommen mit 100 kg problemlos aus, einige nur etwas weniger und andere wesentlich mehr. Material Neben campinggerechten Klapphockern mit einem Kunststoff, Polyesterbezug und Gestänge aus leichtem Aluminium, Stahl oder anderen Metallen existieren auch Dreibeinhocker aus Holz. Diese haben den Vorteil, wesentlich belastbarer zu sein. Allerdings entfällt dann auch der praktische Falteffekt. Tipp! Dreibeinhocker mit einem Gestänge aus Aluminium sind nicht per se weniger stabil, wenn sie gut verarbeitet sind. Aber, je schwerer ein Sitzhocker ist, desto stabiler steht er auch auf unebenem Boden. Gerade bei sehr günstigen Dreibeinhockern wird oft keine dazugehörige Tragetasche mitgeliefert. Andere wiederum verfügen lediglich über einen Transportgurt, einige Modelle besitzen allerdings gar beides. Mitunter gibt es Exemplare, die einen zusätzlichen Klettverschluss aufweisen, der einerseits zur Stabilisierung dient und andererseits die gefalteten Beine zusammenhält. Zu den bekanntesten Herstellern und Marken von faltbaren Campinghockern mit drei Beinen, gehören die folgenden, Grand Canyon, Walkstuhl, Uquip, Drei-Leg-Chair, Relax, Travel-Chair, 10T Outdoor, Duormax. Die folgenden Hersteller sind bisher noch weniger bekannt, Normani, Kerafaktum, Miltek, Kaufmann. Prinzipiell können Sie sich einen Dreibeinhocker auch selbst bauen, wobei Sie dabei durchaus handwerkliches Geschick aufweisen sollten, falls Sie die Beine ähnlich den Modellen in unserem Vergleich zwecks Platzersparnis auch falten wollen. Wesentlich einfacher ist dabei der Bau eines Dreibeinhockers aus Holz. Hält ein Dreibeinhocker mehr als nur eine Campingsaison durch? Bei allen von uns verglichenen Produkte haben wir insbesondere Wert auf eine stabile Bauweise gelegt. Daher sollten diese Produkte bei ordnungsgemäßer Nutzung im Dreibeinhocker-Test auch in puncto Haltbarkeit sehr gut abschneiden. Dreibeinhocker eignen sich nur bedingt auch für den Angelsport, denn sie verfügen im Normalfall nicht über eine Rückenlehne, was das Warten über einen langen Zeitraum durchaus unbequem gestaltet. Ganz prinzipiell lohnt sich das Mitführen eines Dreibeinhockers allerdings auch bei einer Wandertour, bei der das Angeln nicht im Fokus steht. Gibt der Campinghocker-Vergleich einen Überblick über das gesamte Spektrum an Herstellern im Bereich Campinghocker? Unser Vergleich stellt 17 Campinghocker von 15 verschiedenen Herstellern vor. Die Liste umfasst unter anderem Produkte von folgenden Herstellern. FIEMACH, WALKSTOOL, TRIWONDER, UKUIP, HESANZOL. Der günstigste Campinghocker in unserem Vergleich kostet nur 11,68 Euro und ist ideal für preisbewusste Kunden. Wer bereit ist, für bessere Qualität ein wenig mehr auszugeben, ist mit unserem Preis-Leistungs-Sieger UKUIP Dreibeinhocker Trinity gut beraten. Gibt es im in unserem Vergleich einen Campinghocker, welcher besonders häufig von Kunden bewertet wurde? Ein Campinghocker sticht durch besonders viele Kundenrezensionen hervor. Der FIEMACH tragbarer Clubhocker wurde 2457 Mal bewertet. Welcher Campinghocker wurde von anderen Kunden mit der besten Bewertung ausgezeichnet? Die beste Bewertung erhielt der Grand Canyon Campingstuhl, welcher Käufer mit hervorragenden Produkteigenschaften überzeugt hat, das spiegelt sich in einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen für den Campinghocker wieder. Welchen Campinghocker hat der Bestnote, sehr gut, ausgezeichnet? Da sich gleich mehrere Campinghocker positiv hervorgetan haben die Bestnote, sehr gut, insgesamt 10 Mal vergeben. Folgende Modelle wurden damit ausgezeichnet. FIEMACH Clubhocker, BIKSTUHL COMFORT, TRIWONDA CAMPINGHOCKER, UQUIP TRINITY, HESANZUH CLUB HOCKER, ALO MAJOR CAMPINGHOCKER, KVA SSS XZDD 004, ALOF COL HOCKER, UQUIP 244029 und Grand Canyon Campingstuhl. Welche weiteren Suchbegriffe sind für Kunden, die sich für Campinghocker interessieren, relevant? Wenn Sie auf der Suche nach einem Campinghockermodell sind, können auch Suchbegriffe wie Outdoorhocker, Campinghocker und Clubhocker Camping für Sie relevant sein. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über die besten Produkte erfahren möchten, finden Sie unten in der Videobeschreibung alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.